hallo zusammen und willkommen zu diesem video in welchem bildformat fotografierst du deine fotos die meisten fotografen machen sich da gar nicht so viel plan drum sondern die nutzen einfach das voreingestellte format in der regel 2 zu 3 was an ihrer kamera werkseitig ausgeliefert wird aber es gibt natürlich noch mehr bildformate und jedes bildformat ist für sich anders kann man zum beispiel auch durch verschiedene bildformate seinen eigenen bildstil entwickeln und einige eignen sich natürlich mehr oder weniger für bestimmte bildaufnahmen welche formate ist jetzt außer 2 zu 3 noch gibt und wofür man sie anwenden kann das verrate ich euch wie immer im video der heutige standard ist wie schon erwähnt das format 2 zu 3 in den meisten kameras sowohl digital auch analog ist es heute voreingestellt und du kannst damit auch eigentlich nicht viel verkehrt machen du kannst gut im hochformat fotografieren du kannst gut im querformat fotografieren es ist eine gängige größe um deine fotos nachher auch auszudrucken aber du wirst damit natürlich nicht so richtig ein eyecatcher erzeugen denn das format 2 zu 3 ist halt gängig du siehst es überall und es wird niemanden ins auge fallen aber wenn du normal fotografiert ist das format 2 zu 3 ein super format auch nachher um fotos auszudrucken und man kann es auch im querformat gut auf modernen fernsehern anschauen denn du hast links und rechts keinen schwarzen balken es ist in der regel gut bildfüllend auch im querformat auf modernen fernsehern das format 4 zu 3 viele werden das format noch von alten röhrenfernsehern kennen denn genau das war damals die auflösung im format 4 zu 3 man kann das format 4 zu 3 gut im querformat verwenden als auch im hochformat ist also auch noch ziemlich gängig die druckbaren fotos schränken sich da schon ein bisschen ein denn du kriegst eben nicht so ein breites querformat hin auch wenn ihr solche fotos am fernseher anschauen wollt und ihr habt zum beispiel die fotos im querformat geschossen dann ist es in der regel nicht bildfüllend sondern ihr habt links und rechts auf dem fernseher noch ein paar schwarze balken das kann man verhindern indem man das ganze dann zum beispiel an seinem tv rein zoomt aber dann ist natürlich immer ein bisschen was vom bild verschwunden 4 zu 3 finde ich einen schönen klassiker ist auch vom format ein bisschen was anderes verwende ich auch gerne auch mal für ausdrücke das bildformat 1 zu 1 war eigentlich ein klassiker in der analogen fotografie rollei oder hasselblade haben das verwendet und es war eigentlich ganz klassisch aber in der zeit der digitalen fotografie ist dieses format ein bisschen verloren gegangen leider ein kleines oder besser gesagt ein großes remake hat dieses format jetzt eigentlich zum beispiel bei instagram bekommen denn wenn ihr bei instagram ein foto hochladen und es dort veröffentlicht dann wird es erstmal im format 1 zu 1 dargestellt dadurch hat das ganze nochmal so einen kleinen aufschwung erhalten wofür kann man jetzt 1 zu 1 das format verwenden macht sich sehr gut in der architekturfotografie oder auch in der produktfotografie denn durch das format 1 zu 1 wird der hauptaugenmerk eures objekts eben auf das zentrum des bildes geleitet das heißt ihr habt links und rechts nicht so viel zusätzliche informationen und daher zum beispiel gut geeignet zum beispiel für die produktfotografie da das auge des betrachters direkt auf den bildmittelpunkt und somit auf das produkt gelenkt wird das bildformat 16 zu 9 kennen wir alle aus dem kinofilm oben und unten ist noch mal ein schwarzer streifen durch das eher langgezogene foto kann man heute bei modernen kameras auch schon einstellen eignet sich insbesondere natürlich auch für landschaftsaufnahmen aber wenn ihr das ganze jetzt auch wieder auf dem tv euch anschaut dann werdet ihr auch hier in der regel oben und unten schwarzen balken haben aber es ist ein interessantes bildformat man kann auch hochformat 16 zu 9 fotografieren porträtfotografie zum beispiel ist auch sehr interessant aber es ist eben ungewohnt nicht jedem wird es gefallen 16 zu 9 foto da sind die ausdrucke eben auch beschränkt weil ihr dann auf dem fotopapier zum beispiel oben und unten halten in dem fall dann einen weißen streifen hättet aber 16 zu 9 klassisches kinoformat ist auch interessant in der fotografie und zum schluss noch quasi das königsformat das panorama foto beim panorama foto gibt es quasi keine vordefinierten größen die größe des panoramas die breite des panoramas richtet sich in dem fall danach wie viele einzel fotos geschossen habt ob es vielleicht 90 grad 180 grad 360 grad panorama ist und dementsprechend breit ist dann euer foto das ganze ist natürlich immer ein super eyecatcher aber die betrachtungsmöglichkeiten schränken sich zum beispiel ein wenn ihr so ein panorama 180 grad panorama zum beispiel auf einem modernen fernseher euch anschaut dann wird das foto in der regel zwar in voller größe also in voller breite angezeigt aber eben in der höhe so weit zusammengequetscht dass es eigentlich keinen spaß macht sich das ganze anzuschauen aber wenn ihr das ganze mal ausdruckt und das zum beispiel rahmen das ganze dann wird sieht schon wieder spektakulär aus und ist auf jeden fall ein eyecatcher ansonsten auf einer website kann man zum beispiel auch gut platzieren ist immerhin hingucker und mittlerweile gibt es auch gute software die man zum beispiel auf seine eigene website mit anwenden kann in denen man sich zum beispiel solche panoramen auch letztlich auch ein kugel panorama sehr gut damit angucken kann also auf jeden fall panoramaaufnahmen immer ein eyecatcher finde ich auch einen sehr guten bildstil gerade bei landschaftsfotografie ist das quasi schon ein muss ihr seht außer zwei zu drei gibt es einen haufen andere formate die man in seiner fotografie gut verwenden kann vielleicht probiert ihr mal das ein oder andere aus und wird sehen dass sich dort ganz andere ergebnisse eures bildstils ergeben und das kann man gut für sich nutzen vielleicht nutzt ihr selber auch einen anderen bildstil als nur zwei zu drei zum beispiel vier zu drei oder ihr fotografiert nur panoramen dann lasst mir doch gerne mal ein kommentar dazu da welchen bildstil welche bildformate ihr selber verwendet ansonsten wenn euch ein video gefallen hat ich euch vielleicht mal wieder ein paar neue blickwinkel eröffnen konnte dann lasst mir gern einen daumen hoch fürs video da und wenn wir uns in einem meiner nächsten videos wiedersehen wollen dann abonniert doch gerne meinen kanal in diesem sinne bis dahin